Heute fegt der Sturmtief Mortimer über uns hinweg und brachte wie hier an der Nordsee zum Teil schwere Sturmböen. Und mit Nils steht auch schon das nächste Tief in den Startlöchern und schickt uns ein fettes Regengebiet in den Nordwesten und Norden. Von Wolken und Regen bekommen sie im Süden überhaupt nichts mit. Hier ist der Himmel meistens klar und es kühlt ab bis auf 8 Grad. Unter den Wolken ist es mit bis zu 14 Grad deutlich milder. Am Tag wandert das Regengebiet dann langsam nach Osten. Auch im Westen und in der Mitte wird es nass. Hier erwarten sie schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter. Nochmal die Zusammenfassung. Im Norden regnet es weiter aus dichten Wolken, sonst Schauer und einzelne Gewitter. Zudem ist der Wind wieder stürmisch unterwegs. Im äußersten Südosten ist es am längsten schön. Die Temperaturen dazu kühle 10 Grad im Norden, warme 24 im Süden. Am Mittwoch im Süden dann Regen. Donnerstag und Freitag wird es vor allem in der Nacht richtig kalt. Wir werden uns insgesamt wieder viel freundlicher.